Die große Liste Die große Liste Karl begriff noch nicht ganz, was Bittner meinte. Hatte Karl vielleicht schon von der universellen Turing-Maschine gehört, aber das müsse er jetzt auch gar nicht erklären, das war theoretische Physik. Ganz anders und im Bilde gesagt, alles was passierte, hinterließ im Feinstaub des Kosmos einen Abdruck und auf diese Abdrücke hätte man dann ungehinderten Zugriff. Er stelle sich eine Art kosmischer Blackbox vor. Karl wusste, dass Bittner Flugangst hatte. Da musste ihn jeder ungeklärte Absturz, nachdem Tauchgeräte den Boden des Atlantiks absuchten, an seine Idee erinnern. Bittner war wieder stehen geblieben und rieb die Fingerspitzen aneinander, während er seinem schwierigen Lieblingsgedanken nachsann. Karl spürte, dass er ihn nicht alle paar Tage zum Besten gab. Vielleicht war es sogar eine Premiere und eine kleine Ehre für Karl Zuhörer und Zeuge zu sein. Genau genommen wäre es nicht der jüngste Tag. Bittner nahm die Hände auseinander und hielt den Zeigefinger nach oben. In seiner Vorstellung wäre es die Sterbesekunde. Einige Physiker wollten, dass die sich aufblähe in einer Zeitblase, die nie platze. Alles würde offenbart, wie sich das wohl anfühlen würde. Bittners Augen waren geweihtet. Mit wie vielen Ahnungen lief man nicht durchs Leben? Und wie viel war doch völlig anders, als man es sich gedacht hatte? Ganz selten einmal öffnete sich ein Blick hinter den Vorhang und man spürte einen Hauch vom wirklichen Treiben. Das hieß, vom Treiben der Wirklichkeit, von der man durch sein rupfendichtes Ideengespinst sonst so gut abgeschirmt war. Dass in Wahrheit alles ganz anders sei. Wusste das instinktiv nicht jeder? Dieses ganz spezielle Erstaunen dann, wenn man einmal kurz hinter den Vorhang sah, halb Glücks, halb Schaudergefühl und das in einer nicht abreißenden, epiphanischen Kette. Karl fragte sich, ob Bittner aus einem schon geschriebenen Essay zitierte oder ob er frei entwarf. Das leichte Stocken zwischen den Sätzen sprach verletzteres, aber dann druckreif. Das konnte er eben immer noch, auch wenn es ja angeblich bergab mit ihm ging und der Wind schon durch alle Ritzen piff. Kette.